Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmer Kapitäne, schön dass ihr da wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick. Es geht zum Beispiel um den Träger Indimitable, Veränderungen bei den britischen schweren Kreuzer bei der AP zum Beispiel und es geht um legendäre Module und meine Gedanken dazu. So, fangen wir mal an mit dem T8 Kreuzer Indimitable, von dem haben wir ja lange Zeit nichts gehört. Jetzt gibt es mal wieder eine Nachricht dazu und es wird etwas verändert und zwar die Übergangsgeschwindigkeit zwischen höchster Motorboostgeschwindigkeit, also die höchste Geschwindigkeit quasi, die man erreicht und dann der Wechsel wieder zu normaler Reisegeschwindigkeit. Das hat in der Vergangenheit kürzer gedauert und wird jetzt halt verlängert, bis diese Geschwindigkeit eben von der Höchstgeschwindigkeit wieder auf die Reisegeschwindigkeit sinkt. Das macht den Übergang weicher und das ist nämlich auch der nächste Punkt bei der Indimitable. In der Vergangenheit wurde halt während des Tests festgestellt, dass diese Zielvisiere, der Bomber vor allem, sehr stark gesprungen sind. Und halt auch deswegen, weil die Geschwindigkeitsunterschiede so extrem waren. Es ist ja so, dass die Indimitable zumindest noch sehr schnelle Flugzeuge hat. Hier 228 Knoten Reisegeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit sind hier angegeben und 217 Knoten für die Bomber. Allerdings gibt es hier eben keine Torpedobomber, sondern eben nur diese Brandbomber. Das ist ja das Besondere. Aber wie gesagt, da sprang der Zielvisier wohl zu stark und das wurde jetzt auch angepasst. Und allgemein soll damit das Zielen bei Geschwindigkeitswechseln immer noch angenehm bleiben oder angenehmer wieder werden im Vergleich zu vorher. Der nächste Punkt sind ballistische Änderungen. Und zwar geht diese von der Tierstufe 5 los und wir arbeiten es hoch bis T9, T10 und gucken uns dann nachher auch nochmal den britischen Kreuzer Cheshire an auf der Tierstufe 8, denn die wird auch ein paar Änderungen erfahren. Also, bei den Kaliber 190 mm, wie hier der Cruiser Hawkins hat, da wird die Ballistik so geändert, dass die Granaten schneller fliegen werden. Und zwar dauert es jetzt 4,17 Sekunden für eine Distanz von 7 Kilometer und das wird in Zukunft 3,94 Sekunden sein. Und wenn man jetzt auf maximale Kampferfernung schießt, das sind dann 13,86 Kilometer. Ganz genau im Spiel wird es ja gerundet angezeigt, wenn man hier voll ausgebaut hat, steht ja ja 13,9. In Wirklichkeit sind es eigentlich 13,86. Da waren vorher 11,26 Sekunden, das wären jetzt 10,08. Also da sparen wir über eine Sekunde Zeit. Das heißt, es wird sehr viel angenehmer sein, mit dem Kreuzer zu zielen und vorzuhalten. Ja, das ist nämlich ein bisschen intuitiver dann, umso kürzer die Flugbahn der Granaten eben ist, oder die Flugdauer besser gesagt. Außerdem wird die Panzerungspenetration der AP-Granate sich verändern. Und zwar wird die Penetration auf 7 Kilometer ungefähr um 23 Prozent steigen. Und das geht dann ja linear weiter nach oben. Und zwar bis auf 40 Prozent mehr Panzerungspenetration bei 13,86 Kilometer. Und das ist halt so eine auf jeden Fall wichtige Änderung für den Dampfer, weil er vorher wohl einfach nicht stark genug war. So haben die Teste zumindest gezeigt. Ich bin die Hawkins ehrlich gesagt noch nicht mal gefahren bis jetzt. Obwohl ich sie schon hätte fahren können. Weiter geht es dann mit anderen Kreuzern. Nehmen wir hier mal die Orbe Mall. Das ist der T-8 Kreuzer. Der ist nämlich davon jetzt auch mit betroffen. Also AP-Granaten des Kalibers 203 Millimeter. Tierstufe 6 bis Tierstufe 8. Hier wird die Panzerungspenetration allgemein verbessert. Egal auf welcher Reichweite eigentlich. Hier steht jetzt 7 und 14 Kilometer wird die Penetration um 10 Prozent verbessert. Das ist wie gesagt, ich interpretiere das als Durchschnittswert, sodass man eigentlich sagen kann, dass alle Distanzen zwischen 7 bis 14 Kilometer um 10 Prozent verbessert werden. Und dann kommen wir zur Drake. Und da gibt es ein paar mehr Veränderungen. Das betrifft aber nicht nur die Drake, sondern auch die Goliath oder Goliath, wie sie britisch ausgesprochen wird. Das waren sie Granaten im Kaliber von 234 Millimeter. Die Ballistik wird da insofern geändert, dass die Granate langsamer wird. Nämlich in der Vergangenheit flog die Granate 5,39 Sekunden für 10 Kilometer. In Zukunft wird es 5,69 Sekunden dauern. Also verlieren wir 3 Zehntelsekunden. Und bei 15 Kilometer Reichweite dauert es jetzt statt 9,2 dann 9,71. Also verlieren wir da eine halbe Sekunde. Das wird man wahrscheinlich gar nicht so doll merken, wenn man sich so ein bisschen eingespielt hat mit dem Dampfer. Aber es ist natürlich zu erwähnen. Der maximale AP-Schaden, also der Alpha-Damage der Granate. Also wenn ihr die Zitadelle mit der AP-Granate trefft, dann macht der Alpha-Damage. Wurde erhöht, nämlich von 5550 Punkte hoch aus 5750 Punkte. Des Weiteren gibt es Veränderungen bei der Hydroakustik. Und da wird die Aktionsdauer der Hydroakustik von 3 Minuten runter auf 100 Sekunden, also 1 Minute 40, reduziert. Das heißt, das Hydro ist einfach nicht mehr so lange verfügbar. T5 bis T7 wird die Schiffserkennung geupgradet von 3 Kilometer auf 4 Kilometer. Und bei T8 bis T10 wird die Schiffserkennung auf 5 Kilometer von 3 Kilometer aus erhöht. Und die Torpedoerkennung auf 3,5 Kilometer. Hier wird jetzt angegeben, dass man das deswegen macht, weil man deswegen gegen Zerstörer besser kämpfen kann. Oder um das einfach zu ermöglichen. Ja, das finde ich ist ein bisschen eine merkwürdige Aussage, sage ich jetzt mal. Klar, man kann sich in den Berg stellen und wenn der Zerstörer ausgerechnet dann auf der Rückseite des Berges ist, dann würde man ihn mit Hydro aufmachen. Ja, das hilft. Aber wenn man direkt offen mit einem Schiff gegen den Zerstörer kämpft, man weiß, dass der da ist. Man weiß noch nicht ganz genau, wo helfen dir die 5 Kilometer auch nicht. Jetzt sei denn, der Zerstörerfahrer stellt sich nicht ganz clever an. Ja, weil in dem 5 Kilometer Bereich kommen doch Zerstörer auf der Tierstufe 8, 9, 10 nur noch äußerst selten. Die Torpedos laufen doch eigentlich viel, viel weiter. Und deswegen ist es eigentlich, es hilft einem, um Torpedos auszuweichen. Das hilft, aber nicht, um direkt Zerstörer zu bekämpfen. Ja, so wie das hier ausgedrückt wurde. Alle erforschbaren britischen Schwerenkreuzer und der Tier 8 Kreuzer Chesshaier können zwischen hydrakustischer Suche und defensiven Flakfeuerverbrauchsmaterial wählen, indem sie dem gleichen Steckplatz zugeordnet werden. Also das kann man auch sagen, wenn wir mal auf Verbrauchsmaterial draufklicken, hier habt ihr dann jetzt die Auswahl. Hier sind auch schon die neuen Werte drin, die ich eben gerade schon vorgelesen habe, vorgegeben habe. Also das ist das, was man zu diesen Dampfern sagen kann. Und dann kommen wir zum britischen Kreuzer Chesshaier. Das ist ein T8 Premium schwerer Kreuzer. Und hier steht jetzt, dass die Granatenparameter von der Drake und der Goliath ja auch auf der Chesshaier angewandt werden. Sie werden in Einklang gebracht. Das ist eine sehr, sehr interessante Variante. Aber ihr habt ja, ihr seht, ihr habt hier auch nur zwei Rohre. Also jetzt, soweit ich das weiß, sollen das ja auch 234 Millimeter sein, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher. Korrigiert mich da gerne, wenn ihr genauer wisst. Ja doch, hier oben steht es ja. 234 Millimeter. Haben wir also alles richtig gesorgt. Ja, und die Flugbahn und die ganzen HE und AP Änderungen, die es da in der Vergangenheit bei Goliath und der Drake eben gab, die werden jetzt eben auch hier auf der Chesshaier angewandt. Außerdem verändern sich die Parameter der Torpedos. Die Reichweite wird von 10 auf 8 Kilometer gesenkt. Die Geschwindigkeit wird um 1 Knoten verringert auf 61 Knoten. Der Alpha-Damage wird um 1000 Punkte gesenkt, ungefähr einen Ticken mehr sogar, auf 15.687. Die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit, Vorsicht, die Prozente hören sich jetzt riesig an. Das ist vor Formelberechnung. Ja, also das sind quasi die Alpha-Werte. Das waren mal 282 Prozent, sind jetzt aber 265 Prozent. Und richtig interessant ist, der Chesshaier bekommt eine verbesserte Reparaturmannschaft. Zumindest was den Zitadellenschaden betrifft. Denn ihr könnt in Zukunft, also zumindest ein Work in Progress, bei der Reparaturmannschaft 50 Prozent des Zitadellenschadens wiederherstellen, statt 10 Prozent, wie es vorher war. Nächster Punkt auf der Tagesordnung sind Legendäre oder Legendic. Ich wollte es jetzt Englisch-Deutsch aussprechen. Legendäre Module oder Legendaries oder wie auch immer man sie denn nennen möchte. Und zwar hat World of Warships oder wird World of Warships die Möglichkeit verändern, diese zu bekommen. Im Moment ist es ja so, dass wir Kampfaufträge haben, persönliche Aufgaben. Die werden halt freigeschaltet in dem Moment, wo man das T10-Schiff bekommt. Und dann muss man hier jede Menge Arbeit leisten, um die dann freizuschalten und dann halt auch zu verwenden. Man kann auch vorher sehen, man bekommt auf dem Weg dahin ja auch schon ein paar Belohnungen und so weiter. Die spielen aber jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Es geht ja am Ende darum, um die Hauptbelohnung zu bekommen, nämlich die Module mit dem roten Strich. Und das wird eben so sein, dass mit der Veröffentlichung des Updates 092 die legendären Module im Forschungsbüro der Waffenkammer erscheinen werden. Also, wir klicken da mal ganz schnell hin. Nämlich hier. Da sind wir dann quasi. Und hier werden die dann irgendwo unten erscheinen. Bedeutet natürlich auch, in dem Forschungsbüro müsst ihr Forschungspunkte anwenden, um die legendären Module eben zu bekommen. Das heißt, wenn ihr Legendaries haben wollt für euer T10-Schiff, dann werdet ihr in Zukunft Bäume resetten müssen und da wieder durchgrinden müssen, um die Punkte zu bekommen. Damit wollen sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. So ist zumindest meine Intention oder mein Verständnis dahinter. Zum einen wollen sie es attraktiver machen für euch, das Forschungsbüro auch wirklich zu benutzen. Ja, mich persönlich, sage ich jetzt offen und ehrlich, reißt das Forschungsbüro immer noch nicht vom Hocker. Und ich habe bis jetzt noch nicht einen Baum resettet auf dem Live-Server. Für mich ist es etwas Besonderes, wenn ich ein T10-Schiff habe und diesen Baum hochgefahren habe, wie jetzt erst vor kurzem mit der Moskva. Da bin ich dann endlich angekommen. Da bin ich doch nicht bereit und sage, ach, cool, das hat mir so viel Spaß gemacht. Jetzt setze ich das nochmal zurück. Also, so bin ich einfach nicht. Zumindest im Moment nicht. Vielleicht denke ich da zu kompliziert oder weiß ich nicht, aber das ist halt meine Meinung. Und jetzt setzen sie hier die Legendaries rein. Ja, gut. Jetzt geht es euch vielleicht da draußen so ähnlich und ihr sagt, boah, Forschungspunkte mag ich jetzt gar nicht. Ja, dann müsst ihr euch melden im Forum, dass ihr die Idee nicht so clever findet. Andere werden sich sicherlich wieder sehr, sehr darüber freuen. Vor allen Dingen, weil aus den Kampfaufträgen Übersicht, aus dieser persönlichen Herausforderung, endlich wieder ein bisschen mehr Übersicht drin ist. Da sind ja auch andere Aufträge drin, die fast untergehen, weil man so viele Aufträge für die legendäre Module hat. Also man ordnet es und man sortiert es ein bisschen. Man macht es ein bisschen ordentlicher wieder, die ganze Geschichte. Das ist schön. Ja, wie hat eine will, muss andere mögen. Ich meine, ich finde es gut, dass sie auf jeden Fall das Forschungsbüro versuchen, nochmal ein bisschen anzupassen. Denn es passiert ja auch noch ein bisschen mehr in dieser ganzen Geschichte. Ja, diese legendären Module werden überarbeitet und es werden neue Module reingebracht. Das heißt also auch für Schiffe, die im Moment T-10 sind, aber wofür es noch kein legendäres Modul gibt wahrscheinlich. Prinzipiell, ganz wichtig im Kopf zu behalten, bis Update 091 müsst ihr mit eurem legendären Modul, was ihr jetzt gerade farmt, fertig sein. Also ich sage jetzt einfach mal, um sicher zu sein, den 11. Februar. Hier steht jetzt 12. bis 13. Februar, aber ihr wisst ja, das eine ist amerikanischer Server, das andere ist europäischer. Wer weiß, ob sich die Daten mal erinnert. Ich würde einfach für euch sagen, bald im Kopf, 11. Februar, versucht bis dahin mit dem Ding fertig zu sein. Ja, ganz wichtig ist auch, wenn ihr jetzt angefangen habt und einen großen Fortschritt schon habt, dann werdet ihr entschädigt. Ihr bekommt eine Kompensation dazu, also dafür. Und so weiter ihr fortgeschritten seid mit den Aufträgen, desto höher wird die Kompensation sein, die ihr dafür erhaltet. Das hat Wargaming schon verlautbart und müssen wir mal schauen, wie es dann nachher tatsächlich kommt. Das ist ja Work in Progress, das heißt, da ist ja definitiv noch die Möglichkeit, etwas zu verändern. Alle bereits erhaltenen Missionen werden mit der Veröffentlichung des Updates 092 am 11. respektive 12. März 2020 ablaufen. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr dann mit einem der nächsten Updates plötzlich ein Ablaufdatum unter diesen Missionen finden. Ja, Wargaming hat das ja in der Vergangenheit nicht ganz klar kommuniziert. Also sie haben gesagt, es gibt im Moment kein Ablaufdatum. Es war fast klar, dadurch, dass sie auch schon mal gesagt haben, dass sie da Veränderungen herbeiführen wollen, dass sich dann irgendwann mal was von dem Datum her ändern wird. Ja, jetzt ist es so, jetzt habt ihr es erfahren und ihr könnt euch darauf vorbereiten. Wir kommunizieren das jetzt, also man kann schon sagen, fast zwei Monate vorher. Das muss man ihnen ja auch mal zugutehalten. Ja, das ist ja auch mal was Gutes an der ganzen Geschichte. Auch wenn ich das Forschungsbüro immer noch nicht mag, verdammt nochmal. Aber das ist jedem seine Sache. Ich würde mich jetzt darüber freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Und zwar, wie ihr diese ganzen Geschichten findet, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Die Änderung bei der Indomitable, den schweren Kreuzern und eben hier bei den legendären Modulen. Würde mich freuen, wenn da ein paar konstruktive Kommentare dabei sind. Wobei ich das ja von euch da draußen eigentlich so gewohnt bin. Es gibt ja nur selten Kommentare, die überflüssig sind, sage ich es einfach mal. Ja, und dann sage ich danke für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Ja, im Namen des Seacross-Teams und von mir natürlich. Viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.